Die wichtigsten Protokollarten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lina Goldbach. Ich bin Referentin für die WAF und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Ratgebervideo Die wichtigsten Protokollarten für die Erstellung einer Sitzungsniederschrift. Wie Sie sicherlich wissen, ist die Sitzungsniederschrift nach § 34 Betriebsverfassungsgesetz ganz wichtig, um einen Nachweis für die Erstellung eines ordnungsgemäßen und rechtswirksamen Beschlusses des Betriebsrats darzubringen. Und es stellt sich dann immer die Frage als Schriftführer, wie schreibe ich das denn jetzt? Was darf ich denn da für ein Protokoll so verwenden? Sie können insoweit gerne eines unserer Präsenzseminare, zum Beispiel Schriftführer Teil 1, besuchen. Hier erfahren Sie alles rund um das Amt des Schriftführers. Welche Rechte, welche Pflichten habe ich? Wie erstelle ich eine solche Sitzungsniederschrift? Wann muss ich was aufnehmen? Und lernen auch, Sicherheit zu bekommen, beziehungsweise dann eben auch Rückfragen zur Sitzungsniederschrift zu erklären. Jetzt wollen wir uns aber zunächst einmal diesem speziellen Thema Protokollarten ganz kurz widmen, damit Sie einen ersten Einblick auch hier erhalten. Es gibt insgesamt mehrere Protokollarten. Wir wollen uns aber die sechs wichtigsten mal anschauen und Ihnen zeigen, was sind denn die Unterschiede? Gleich vorweg kann ich Ihnen sagen, Sie können grundsätzlich jede dieser sechs Protokollarten verwenden. Ob Sie das entscheiden oder der Betriebsrat, das müssen Sie dann jeweils festlegen. Die wichtigste Protokollart ist sicherlich das sogenannte Wort- oder Wortlautprotokoll. Allerdings ist es auch das aufwendigste. Ein Wort- oder Wortlautprotokoll beinhaltet tatsächlich den gesamten Verlauf einer Sitzung, eines Gesprächs und hat eben wirklich jede namentliche Benennung eines Themas, jeden Wortbeitrag eines Teilnehmers des Gesprächs aufzuzeichnen. Sie dürfen hierbei auch nichts weglassen, weil dann wird dieses Wortprotokoll sofort unvollständig und ist damit angreifbar. Ein solches Wortprotokoll, ehrlicherweise, sollten Sie für Ihre Betriebsratssitzung eher nicht verwenden. Wortprotokolle machen vor allen Dingen dann Sinn, wenn Sie sagen, es kommt ganz explizit darauf an, wie im Einzelnen der Ablauf einer Sitzung, einer Besprechung war und es kommt auf den exakten Wortlaut und auch auf die Person, die diesen Wortbeitrag geleistet hat, an. Das könnte beispielsweise in einem Monatsgespräch mit dem Arbeitgeber sinnvoll und notwendig sein. Die zweite Protokollart, die ich Ihnen kurz aufzeigen möchte, ist das sogenannte Verlaufsprotokoll. Das Verlaufsprotokoll gibt den wesentlichen Verlauf einer Sitzung oder eines Gespräches wieder und enthält auch die wesentlichen Beiträge sowie natürlich die Beschlüsse und die entsprechenden notwendigen Gestaltungserklärungen, die in der Sitzung abgegeben worden sind. Beim Verlaufsprotokoll ist es wichtig, dass wirklich der Verlauf dargestellt wird und im Rahmen des jeweiligen Verlaufs die einzelnen Beiträge zusammengefasst werden. Diese Protokollart eignet sich auf jeden Fall für Betriebsratssitzungen, allerdings rate ich Ihnen bei sehr langen Sitzungen auch von dieser Protokollart ab, da Sie da tatsächlich sehr, sehr viel mitschreiben müssen. Die dritte Protokollart ist das sogenannte Kurzprotokoll. Das Kurzprotokoll ist, wenn Sie so wollen, eine komprimierte Fassung des Verlaufsprotokolls. Bedeutet, dass Sie nicht mehr im Wesentlichen den gesamten Verlauf darstellen müssen, sondern diesen auch zusammenfassen können und eben auch die wesentlichen Gesprächsinhalte hier komprimiert darstellen dürfen. Selbstverständlich müssen Beschlüsse, Ergebnisse auch hier im Rahmen des Kurzprotokolls aufgenommen werden. Das ist aus meiner Sicht die häufigste und die Form, die ich Ihnen auch empfehle für Ihre regelmäßigen Betriebsratssitzungen, da Sie so am besten nachvollziehen können, was waren denn die wesentlichen Inhalte dieser Sitzung und was waren die wesentlichen Beiträge. Wichtig ist, dass im Kurzprotokoll keinen Namen der entsprechenden Teilnehmer mehr aufgeführt werden müssen, sondern die jeweiligen Beiträge eben nur noch kurz zusammengefasst werden. Eine noch komprimiertere oder engere Form eines Protokolls ist das sogenannte Ergebnisprotokoll. Hier haben wir gar keine Herleitung oder wenn nur noch eine sehr kurze Herleitung zur Beschlussfassung noch. Meistens auch eher stichpunktartig, eben nicht mehr im Verlauf und auch nicht mehr den Verlauf zusammengefasst, sondern nur noch stichpunktartig dargestellt und dann kommt es im Wesentlichen vor allen Dingen auf das Ergebnis und den Beschluss selber an, dass dieser eben dargestellt und aufgelistet wird. Noch kürzer ist dann nur noch das sogenannte Beschlussprotokoll. Hier ist tatsächlich ausschließlich nur noch der Beschluss aufgeführt und das Stimmergebnis. Tatsächlich ist das Beschlussprotokoll die Protokollart, die das Gesetz vorsieht, da im Paragrafen 34 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz es nur noch heißt, in der Sitzungsniederschrift muss der Wortlaut des Beschlusses und die Stimmenmehrheit, mit der der Beschluss gefasst wird, aufgeführt sein. Das heißt, wenn Sie ein Beschlussprotokoll anfertigen im Rahmen Ihrer Betriebsratssitzung, haben Sie tatsächlich alles das, was der Gesetzgeber von Ihnen verlangt, erfüllt. Als letzte, sechste Protokollart gibt es noch das sogenannte Gedächtnisprotokoll. Das ist ein Protokoll, welches im Nachgang angefertigt wird, also nicht während der Sitzung und welches dann halt aus dem Gedächtnis heraus noch die vermeintlich wesentlichen Inhalte, Beschlüsse oder Ähnliches wiedergibt. Das Problem an einem Gedächtnisprotokoll ist natürlich, dass hier sich immer vermehrt Fehler einschleichen. Sie wissen selber, wenn man am nächsten Tag über ein Gespräch vom Vortag nachdenkt und man fragt drei verschiedene Leute, was habt ihr denn wahrgenommen in diesem Gespräch, werden sie drei verschiedene Antworten erhalten. Dementsprechend rate ich Ihnen zu einem Gedächtnisprotokoll wirklich nur dann, wenn Sie sagen beispielsweise, der Schriftführer ist kurzfristig krank geworden oder aber das Protokoll ist verloren gegangen, dann ist natürlich ein Gedächtnisprotokoll immer noch besser als gar kein Protokoll. So, jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, welche Protokollart verwende ich? Um ehrlich zu sein, würde ich Ihnen gerne darauf eine Antwort geben, aber ich darf es gar nicht, weil das Gesetz schreibt nicht vor, welche Protokollart verwendet werden muss. Mindestens ein Beschlussprotokoll, aber nach oben hin können Sie hier alles verwenden, was Sie wollen. Am besten vereinbaren Sie das mit dem Betriebsrat im Rahmen einer Geschäftsordnung oder Sie legen es vor jeder Sitzung fest. Wenn der Betriebsrat hier keine Entscheidung trifft, dürfen Sie als Schriftführer nach freiem Ermessen entscheiden, welche Protokollart Sie verwenden. Wichtig ist nur, wenn Sie sich mal für eine Protokollart entschieden haben, bitte bleiben Sie für dieses eine Protokoll auch bei der jeweiligen Protokollart, da das Protokoll ansonsten unvollständig, unklar wird und damit ein Protokoll auch vor Gericht dann angreifbar ist. Wenn Ihnen unser heutiges Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und wünschen Ihnen jetzt weiterhin alles Gute. Tschüss und bis bald. Hat es dir gefallen? Super, dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.